... ... kommen wir später darauf zu sprechen. Immer noch Spielball hier im Auftaktspiel für Steffi Graf. Und das... Oh, was für ein perfekter Ball. Spielball, Applaus. Das ist aber neulich gegen Steffi Graf. Und das ist einfach... 18 Mal drauf, wie gut Chris Everett-Lloyd ... ihr Spiel aufzieht. Konterspiel lebt mit dem Tempo von Steffi Graf. Das muss es sein. Jawohl. Perfekt. Da hat er schon. Applaus Einstamm. Spiel Und aufgepasst, was sie da macht mit ihrer beidhändigen Rückgang. Unglaublich gut gespielt von... ... 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 und das ist die routine die wir angesprochen haben bei christoph leute die helte den entscheidenden und das haben wir die vorhand ein Vielen Dank. Schauen Sie mal, wie strategisch klug Chris Everett-Leuth spielt. Unterschnitten gegen die Laufrichtung. Wieder gegen die Laufrichtung. Und auch das ist natürlich unerhört klug. Tempowechsel, um die kleine junge Steffi Graf aus dem Rhythmus zu bringen. Und das ist toll, toll, toll gespielt. 20-fache Grand-Slam-Siegerin, neunmal bei den German Opener-Vorgreich. Nochmal die vor. Da fliegt sie förmlich rein, aber das ist großartig. Wie der Tempowechsel, Chris Everett-Leuth, verzögert, unterschnitten, alles drin. Das ist was fürs Lehrbuch, meine Damen und Herren. Auch heute wunderbar anzusehen. Vielen Dank. Spiel, Freiburg, blau. Oh, was für ein Return. Ah ja, das ist die mangelnde Routine gewesen. Auf der Eini. Und schauen Sie mal auf die Beine von Steffi Graf, wie sie da tänzt, zwischen jedem einzelnen Ball auf den Zehenspitzen, da wunderbar zu erkennen. Schauen Sie mal das Tänzeln an, diese Sidesteps. Und sie erdrückt Chris Everett-Leuth dorthin. Zu spät. Schade, schade, schade. Aber das ist wunderbar mit anzuschauen, wie die Kleine dann mitspielt. Und der Ball ist gut. Notschlag. Gut, 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 ganz ruhig bleiben. Wieder die unterschnittene Rückgang, ganz flach. Und das ist der Spiel. Gegen die Laufrichtung. Ach, das ist schön mit anzusehen. Spiel, Freiburg, blau. Was ja diese Organisation gegründet hat, die WTA, drei Matchbälle im Stück. Und das ist es. Tolles Spiel, herzlichen Glückwunsch. Das war mit ein Sporthighlight in unserer Stadt in Berlin. Und das war mit ein Sporthighlight in Berlin.